Spricht Maren von unserer Gruppe Frente, Unido, Amerika, Latina für eine multipolare Welt. Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Genossinnen und Genossen aus Lateinamerika und der Welt, heute möchte ich aus zwei Texten aus der Online-Zeitung RT Deutsch zitieren und sie kommentieren. Es gibt keine Nazis in der Ukraine, denn sie werden in Deutschland versorgt. Deutschland nimmt ukrainische Militärangehörige zur Behandlung in Krankenhäusern und Spitälern auf. Immer wieder finden sich offene Nazis darunter. Es gibt ein neues Beispiel. Immer wieder ist zu hören, dass die Behauptung Russlands in der Ukraine wimmele ist von Nazis und die Ukraine müsse in nazifiziert werden, nichts als Propaganda sei. Nun hat sich ein ukrainischer Soldat mit einer Videobotschaft aus einem deutschen Krankenhaus gemeldet. Quer über den Bauch hat er sich die Zahl 1888 tätowieren lassen. Dabei handelt es sich um einen von rechtsextrem genutzten, simplen Code. 1 gleich Adolf, A gleich Hitler, 8 gleich Heil, 8 gleich Hitler. Dieser junge Mann ist jedoch nur ein Einzelfall, einer von vielen Tausenden. Und ein zweiter Artikel aus RT, ein Neonazismus unserer Kerle, Europa singt Oden über Bandera und Asov. Übersetzt aus dem russischen, der Artikel ist am 29.07.2023 auf Riaru erschienen. Während in Europa selbst eigentlich jeder Nazismus und sogar jeder Nationalismus, wie etwa der korsische oder waskische, verpönt sind, applaudiert man dort plötzlich dem ethnischen Hass von Ukrainern gegen Russen und sogar deren systematische Ermordung. Wie sonst ist diese Doppelzündigkeit zu erklären, wenn nicht mit dem Wunsch, Russen und ganz Russland zu vernichten und ausrauben zu wollen? Es wird klargestellt, dass jeder Hass auf Russland ein äußerst nützlicher Faktor sei, weil er dazu beiträgt, eine Nation zu formen. Und es stellt sich heraus, dass dieser Hass sogar über viele Jahrzehnte hinweg sorgfältig kultiviert wurde, in dem etwa die Aktivitäten der OUN-UPA, Klammer auf, ukrainische aufständige Armee der Organisation ukrainischer Nationalisten, während der Nazierschaft, Klammer zu, verherrlicht wurden. Die Schlussverhörungen lauten, dass im Allgemeinen die OUN-UPA-Kämpfer keine Banditen und Mörder waren, die ganze Dörfer von denen abschlachteten, weil dort das falsche Blut mit falschen roten Blutkörperchen lebte. Keine Vernichtungskommandos, denen die Nazis die dreckigsten Aufgaben zuwiesen, sondern lediglich Kerle, die gegen die sogenannte grausame Sowjetmacht, Gulag, NKWD und KGB kämpfen. Und selbst Bandera war, wie es heißt, eigentlich eine komplexe historische Figur, der es gelang, das Wissen und die Prinzipien der ukrainischen nationalen Identität zu folgen und zu formulieren. Die Prinzipien waren und sind also, wenn man sich an das Paradigma der europäischen Medien hält, einfach so viele Polen, Russen und Juden wie möglich zu töten. Der Hass, der so lange und hartnäckig geschürt wurde, nicht erst in den letzten neun Jahren, konnte also zu nichts anderem als zum Tod von Kindern im Donbass führen. Einer derjenigen, deren Worte in dem Material zitiert werden, sagt ganz offen, dass er sich bereits seit 1991 auf einen Krieg mit Russland vorbereitet. Ja, und es gab bewaffnete Sturmtrupps auf den Maidern, die natürlich auch schussbereit mit ihren Waffen waren und auf diejenigen geschossen, die sich ihnen widersetzten. Und dieser Satz steht sinngemäß in dem Artikel nicht etwa in Anführungszeichen, sodass wir davon ausgehen, dass damit der erste Nagel in den Sarg von dem Mythos unbewaffneter jugendlicher und friedlicher Protestierer geschlagen wurde. Heutzutage sind die europäischen Medien nicht schüchtern, wenn es um solche Details geht. Als Russland vor neun Jahren genau das Gleiche erzählte, wurde es als Kreml-Propaganda bezeichnet. Heute weigern sich viele Europäer in den Tätowierungen des rechten Sektors und des ASOV-Regiments Hakenkreuze im Blämmel, die Standarten von Hitlers Division erkennen zu wollen. Heute propagieren die europäischen Medien sogar aktiv die Behauptung, dass der ukrainische Nationalismus gar nichts mit Nazismus zu tun habe. Die Europäer sind keine Idioten und verstehen, wohin Legenden über reines Blut und das Zählen der roten Blutkörperchen führen können. Aber in einem Krieg gegen Russland, in dem die Ukraine als Rambock fungiert, um einerseits Russland zu vernichten und andererseits den Wohlstand der goldenen halben Milliarde weiter zu sichern, sind alle im Mittelrecht. Es ist klar, warum es immer mehr Veröffentlichungen dieser Art geben wird. Es ist notwendig, die Ausgaben für den militärisch-industriellen Komplex zu rechtfertigen und den Europäern beizubringen, dass Waffen für Kiew wichtiger sind als Lebensmittel in ihrem Kühlschrank. Es ist auch klar, dass zehn Jahre vergehen werden und die Europäer dann erkennen müssen, dass sie unter anderem dazu beigetragen haben, den Hass auf Russen zu kultivieren. Eines bleibt unklar, warum die Europäer die schreckliche und blutige Lektion des Narzissmus nicht bis zum Ende gelernt haben. Vielleicht, weil der Tod russischer Kinder für sie keine Rolle spielte und immer noch spielt. Für sie sind wir, gemeint sind die Russen, weil das ist ein Artikel von russischer Seite, sind wir eine Maske, keine Nation. Ich möchte diese Schlussfolgerung ergänzen, denn sie ist zum Teil zum Kurz gefasst und dazu noch einmal auf die Rede von Georgi Dimitrov am 2. August 1935 auf den 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale hinweisen und ich hoffe, ihr erlaubt mir noch einmal daraus zu zitieren. Der Faschismus an der Macht genossen ist, wie ihn das 13. Plenum des EKKI richtig charakterisiert hat, die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, schauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Der Faschismus ist nicht eine Form der Staatsmacht, die angeblich über beide Klassen, dem Proletariat und der Bourgeoisie steht, wie es zum Beispiel Otto Bauer behauptet hat. Das ist nicht das aufständische Kleinbürgertum, das von der Staatsmaschine Besitz ergriffen hat, wie der englische Sozialist Breiswort erklärt. Nein, der Faschismus ist keine über den Klassen stehende Macht und keine Macht des Kleinbürgertums oder des Lumpenproletariats über das Finanzkapital. Der Faschismus ist die Macht des Finanzkapitals selbst. Das ist die Organisierung der terroristischen Abrechnung mit der Arbeiterklasse und dem revolutionären Teil der Bauernschaft und der Intelligenz. Der Faschismus in der Außenpolitik ist der Chauvinismus in seiner brutalsten Form, der einen tierischen Hass gegen andere Völker kultiviert. Dieser wirkliche Charakter des Faschismus muss besonders stark unterstrichen werden, weil der Deckmantel der sozialen Demagogie dem Faschismus die Möglichkeit gegeben hat, in einer Reihe von Ländern, die durch die Krise aus ihrem Geleise geworfenen Massen des Kleinbürgertums und sogar manche Teile der rückständigsten Schichten des Proletariats mitzureißen, die niemals dem Faschismus gefolgt werden, wenn sie einen wirklichen krassen Charakter, seine wirkliche Natur begriffen hätten. Zitat Ende Dimitrov. Es ist eben nicht nur der Hass auf Russland und auf alles Russische. Nur den Klassencharakter des Faschismus zu verstehen, hilft ihn zu besiegen. Deutsche sogenannte Antifaschisten haben das bis heute nicht verstanden. Das Bewusstsein zu stärken, muss eine unserer wichtigsten Aufgaben sein. Griechische Antifaschisten haben, genauso wie viele Antifaschisten in Lateinamerika, offenbar ein besser entwickeltes Bewusstsein. Beim Fußballspiel von Aris Thessaloniki in Griechenland gegen Dynamo Kiev aus der Ukraine zeigten die Fans von Aris das Transparent Smash as Asov-Nazis, nieder mit den Asov-Nazis und hängten außerdem Transparente mit antifaschistischen Slogans auf. Nach meiner Information hat Aris Thessaloniki das Spiel gewonnen. Smirt Faschissen, tot dem Faschismus, murrt der al Faschismo, stoppt die Waffenlieferung an die Ukraine, hoch die internationale Solidarität der Völker, el pueblo unido, fama sera vencido, venceremos. Danke Maren für deinen Beitrag. Ich möchte mal einen kurzen Satz zum Niger sagen, nur einen. Die französischen Frauen haben sich heute bei der Frauen-WM verabschiedet. Also können wir doch auch fordern, Frankreich, die Frauen sind raus, Frankreich raus aus Niger. Frau Patriot, Untertitelung des ZDF, 2020